Hallo, ich bin Peter Escher vom Online-Ratgeber MoneyCheck.de, der Verbraucherexperte. Und heute geht es um ein Thema, das wirklich alle betrifft. Es geht um die Unfallversicherung. Hier die wichtigsten Punkte unserer Checkliste. So, worauf kommt es an? Die Unfallversicherung deckt, wie der Name schon sagt, ganz anders als die Berufsunfähigkeit, nur ganz bestimmte Bereiche ab. Bei der Berufsunfähigkeit ist es völlig egal, was dazu geführt hat. Bei der Unfallversicherung ist die Schadensregulierung doch eingeschränkt. Klar sein muss vor Vertragsabschluss, dass die private Unfallversicherung nur für Unfälle da ist, die in der Freizeit passieren. Sollte auf Arbeit irgendwas zustoßen, dann ist die gesetzliche Unfallversicherung des Arbeitgebers zuständig. Für sich hat es lediglich ein geringes Risiko. Die Statistik sagt, dass nur zwei Prozent der Unfälle, die in der Freizeit passieren, in der Folge auch zu einer Invalidität führen. Was ist denn jetzt ein Unfall, der wirklich reguliert wird von der privaten Unfallversicherung? Da gibt es eine ganz deutliche Definition. Ich lese sie mal vor, damit ich nichts vergesse dabei. Unfall ist ein plötzlich von außen auf den Körper des Versicherten einwirkendes Ereignis. Plötzlich, auf dem Körper und so weiter. Nur wenn es genau so passiert ist, gilt es als Unfall und nur solche Fälle werden entschädigt. Klar sein muss, bevor man den Vertrag unterschreibt, dass die Unfallversicherung nur bei dauerhafter, körperlicher oder geistiger Beeinträchtigung reguliert. Muss also mindestens drei Jahre dauern die Einschränkungen und das Ganze ist durch ein ärztliches Attest zu bestätigen. Die private Unfallversicherung leistet eine einmalige Zahlung bei Invalidität. Wer jetzt eine monatliche Rente haben möchte, der muss diesen Baustein separat abschließen. Und die Unfallversicherung leistet nicht nur im Schadensfall bei Verkehrsunfällen, sondern es geht auch um viele Sportarten, selbst Extremsportarten mit hohem Risiko. Welche das genau sind, das erfährt man am besten vom Anbieter. Vorteil der privaten Unfallversicherung ist, dass es da keinen großen, allumfassenden Gesundheitscheck gibt. Das fällt viel einfacher aus. Im Vergleich mit der Berufs- und Währlichkeitsversicherung noch ein Vorteil. Bei der privaten Unfallversicherung ist der Beitrag wesentlich erschwinglicher. Einzahlen müssen wir vielleicht noch ziehen, wenn er sagt, Mensch, ich habe doch viel, viel eingezahlt und ich hatte nie einen Unfall, musste nie die Versicherung in Anspruch nehmen. Da habe ich doch bestimmt schön was angespart für die Altersvorsorge. So ist es nicht. Die Versicherung ist dafür da, wenn was passiert, wird reguliert. Und wenn nichts passiert, ist das Geld weg. Aber Sicherheit ist auf jeden Fall da und das ist, glaube ich, auch ein gutes Gefühl. Das war es zum Thema private Unfallversicherung. Ich bin Peter Escher vom Online-Ratgeber moneycheck.de